Guten Tag, liebe Schülerin, guten Tag, lieber Schüler. Wir fahren fort mit dem Geschlecht der Substantive. Und zwar heute wieder mit maskulinen oder männlichen Substantiven. Ja, maskulin, männlich sind Substantive auf die Endung er, also a mit Umlaut, und er. Links das Substantiv, rechts wieder das Beispiel. Der Friseur, der Friseur schneidet das Haar. Der Aktionär, der Aktionär spekuliert auf höhere Kurse. Der Sekretär, der Sekretär organisiert das Büro. Ja, also es gibt nicht nur Sekretärin und die Frau, sondern es gibt auch Sekretäre. Der Kontrolleur. Der Kontrolleur kontrolliert die Fahrscheine. Ja, Fahrscheinkontrolle. Bitte zeigen Sie Ihre Fahrscheine. Hast du einen Fahrschein, Philipp? Hast du einen dabei? Ja, ein Monatsabonnement. Der Dompteur. Der Dompteur dressiert Tiere. Ja, meistens sehr wilde Tiere oder gefährliche Tiere. Er arbeitet im Zirkus. Der Pensionär. Der Pensionär bekommt seine sichere Pension. Ja, er hat einen schönen Lebensabend. Danke. Danke. Vielen Dank.